Borussia Dortmund steht vor der Verpflichtung von Niklas Vöhlgrug. Nachdem es ja lange recht ungewiss war, was mit Vöhlgrug passiert, wechselt er, geht er ins Ausland, bleibt er doch bei Bremen, sieht es nun stark nach einem Wechsel innerhalb der Bundesliga zum Vizemeister aus Dortmund aus, wie die WAZ und Sport1 übereinstimmend berichten. Der 30-jährige Vöhlgrug soll dabei in Dortmund einen Vertrag bis 2026 und ein Jahresgehalt von 6 Millionen Euro erhalten. Die Einigung zwischen Verein und Stürmer ist bereits erzielt, nun geht es halt noch darum, dass sich Werder Bremen mit Borussia Dortmund auf eine Ablösesumme einigt. Aktuell liegt man da noch auseinander, könnte sich aber wohl, wie es heißt, bei so circa 15 Millionen einigen und generell sieht es sehr wahrscheinlich aus, dass das auch passieren wird und dass Vöhlgrug schon morgen gegen Heidenheim für Dortmund auflaufen könnte. Nun werde ich das Ganze einfach mal so ein bisschen bewerten und analysieren und ich würde sagen, wir fangen an mit der Sicht von Werder Bremen. Da kann man es auch recht kurz halten im Vergleich zu Dortmund nachher. Für die ist es jetzt natürlich sehr unglücklich. Man hatte die ganze Transferperiode eigentlich Ungewissheit, weil man nicht wusste, passiert jetzt noch was mit ihm, bleibt er doch. Nun geht er halt eben und dementsprechend hat man sich zwar mit einem Kovnatski schon gut aufgestellt, aber im Sturmzentrum hat man jetzt eben mit Dux, Kovnatski, Berg und Voltemade zwar vier Optionen, aber qualitativ weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt für die erste Liga reicht. Klar, Dux definitiv, Kovnatski wird wahrscheinlich auch helfen können, wenn er an seine Zweitliga-Leistungen anknüpft, aber in der Breite wird es dann schon qualitativ ein bisschen schwierig. Da wäre auf jeden Fall noch ein Transfer sinnvoll, was jetzt aber natürlich so ein bisschen dadurch erschwert wird, dass der Füllkrug-Transfer so spät durchging und man jetzt halt eigentlich nur noch zwei Tage hat, um jemanden zu verpflichten. Dennoch halte ich es wahrscheinlich sogar für den richtigen Schritt, Füllkrug zu verkaufen. Man bekommt da jetzt echt gutes Geld für einen 30-Jährigen und ich glaube, das ist auch das Höchste, was man hätte raushandeln können. Vor allem, wenn er jetzt ein Jahr noch geblieben wäre, ich glaube kaum, dass er nochmal so eine richtig starke Saison spielt und den Wert dann so hoch halten hätte können und deshalb glaube ich, für Bremen hat man da alles richtig gemacht, auch wenn es jetzt kadertechnisch ein bisschen schlechter natürlich aussieht. Kommen wir nun also zur Betrachtung aus Sicht von Dortmund und da wird das Ganze schon deutlich kritischer meinerseits, deinerseits, denn ich kann es halt einfach nicht verstehen. Du hast so viele Baustellen im Kader, die du irgendwie nicht schließen willst. Also ich kann es mal aufzählen, du hast für Benze Baini kein wirkliches Backup. Klar, Riason, aber der ist auch für rechts und halt auch rechts Fuß. Die Rechtsverteidiger-Position an sich ist nicht wirklich auf dem Niveau besetzt, was man da haben sollte für BVB-Verhältnisse. Zudem bist du in der Innenverteidigung nicht breit genug aufgestellt. Klar, da kommt jetzt vielleicht noch Bela Kocab, dann nehme ich das zurück. Aber auch ansonsten hast du jetzt Emre Can zum Kapitän gemacht, für den du jetzt keinen wirklichen Herausforderer geholt hast oder einen spielstärkeren Sechser, der auf jeden Fall geholfen hätte. Stattdessen holt man nun eben einen Stürmer, der dem komplett gleichen Profil von Allaire entspricht. Der Plan dahinter ist recht klar, denn die Dortmund-Verantwortlichen wissen schon, dass Allaire eben vom Januar bis Februar, je nachdem wie weit er mit der Elfenbeinküste kommt, beim Afrika Cup sein wird und dementsprechend dem BVB während dem Liga-Alltag fehlen wird. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal wieder zu meiner Meinung komme, da verstehe ich nicht, warum man da einen Füllkrug verpflichten muss. Klar, man kann es machen, aber es gibt halt so viele Gründe, die dagegen sprechen. Zum einen, dass du eben andere Baustellen im Kader hast, die du nicht schließt. Zum anderen, wenn man den Kader von Dortmund betrachtet, du hast einen Moukoko, du hast einen Mahlen und auch einen Adeyemi, die alle Stürmer spielen können. Natürlich nicht als echte Neuen, nicht als Zielspieler wie ein Allaire oder Füllkrug, aber man kann es halt eben auch machen. Zudem kann auch Michael Reus als falsche Neuen spielen. Außerdem ist die Dauer davon ja auch nur ein Monat und ich glaube, das hätte man auch so überbrücken können, denn in der Offensive ist man ausnahmsweise recht breit aufgestellt im Gegensatz zur Defensive und deshalb verstehe ich das Ganze nicht. Du holst dir jetzt einen 30-jährigen Füllkrug für 15 Millionen ungefähr, der keinen Wiederverkaufswert hat. Gibt es dem auch noch ein gutes Gehalt und ich persönlich verstehe es halt einfach nicht, denn wenn Allaire und Füllkrug dann beide da sind, was jetzt auch schon in der Hinrunde der Fall ist, dann wird nur einer spielen. Ich glaube kaum, dass Edin Terzic sein System umstellen wird und dementsprechend kann ich es echt überhaupt nicht verstehen. Dass du auch überhaupt kein Vertrauen in Moukoko hast, finde ich auch enttäuschend und dessen Spielzeit wird auch so enorm unter dem Wechsel leiden und ja, ich verstehe es halt ehrlich gesagt nicht. Es gab auch, was Stürmer angeht, viele Alternativen auf dem Markt, auch echte Neuner, die man zum Beispiel hätte leihen können für die ganze Saison. Aber wenn man jetzt mal weiter schaut, der Afrika Cup beginnt ja erst am 13. Januar und die Wintertransferphase beginnt ja am 1. Januar. Dementsprechend hätte man die Kaderplanung jetzt während der Saison fortführen können und dann halt eben zum Januar hin jemanden präsentieren. Aber man wollte jetzt halt unbedingt Füllkrug, verstehe ich überhaupt nicht aus bereits einigen genannten Gründen. Wenngleich ich sagen muss, ja, es ist ein vernünftiges Backup. Das Profil entspricht dem von Allaire und er hat auch ein gutes Niveau. Wenn ich da jetzt Leute sehe, die sagen, ja, das gleiche wie Modest letztes Jahr. Nein, Füllkrug ist da deutlich besser, hat auch noch einige andere Qualitäten wie nur das offensive Kopfballspiel, hat ein gutes Hold-Up-Play und so weiter, kann auch gut ins Spiel eingebunden werden. Also er kann dem BVB schon helfen, aber es ist jetzt nichts, was der Kader nicht schon mit einem Allaire hätte. Und für den Monat wird er wahrscheinlich halt eben spielen, kann da je nachdem auch performen, aber ich verstehe es halt ehrlich gesagt nicht. Ich glaube auch nicht, dass er sich auf Dauer gegen Allaire unbedingt durchsetzen wird als Stammspieler. Das fände ich schon sehr kurios. Und jetzt mal abgesehen von den Vereinen, wenn wir Füllkrug betrachten und dessen Spielzeit, so glaube ich auch, dass er sich da selbst nicht unbedingt einen Gefallen tut. Er möchte ja spielen, muss sich empfehlen für die EM im eigenen Land und bei Dortmund wird das auf jeden Fall schwierig. Ich glaube kaum, dass man Doppelspitze spielt. Es wäre natürlich auch mal interessant, aber ich glaube es halt ehrlich gesagt nicht. Außer man liegt jetzt hinten recht spät zum Ende eines Spiels, dann kann es natürlich schon passieren. Aber jetzt so als Startelf kann ich mir Allaire und Füllkrug zusammen nicht vorstellen. Das soweit all meine Gedanken zum Transfer von Füllkrug zum BVB. Lasst mir gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren da. Stimmt ihr mir zu oder nicht? Ich lasse mich auch gerne auf eine Diskussion ein, wenn ihr es anders seht. Aber ja, schreibt es auf jeden Fall rein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir liebend gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!